Diese äußerst praktische und superschöne Ford Transit Custom Trail als L2 könnt ihr schon bald vor Ihrem Betrieb stellen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismann. Der Euro 6 Diesel mit AdBlue Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Eine Schiebetür rechts und Doppelflügeltieren hinten erleichtern das Beladen. Im Laderaum gibt es einen praktischen Vinylboden. Schicke Schwarz-Alufelgen unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auf an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vollersitze mit Lederpolster bieten viel Komfort und eine gute Sitzposition. Fußmatten gehören bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Custom schützt Sie rundum mit ESP, Airbag, Nebellampen vorne, der Heizwahlfrontscheibe und dem Sperrtefanzial. Die Klimaanlage mit Polenfilter sorgt für Wohlwahrer. Zum Radio gehört auch das Kommunikationssystem Sync 3. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Diesem äußerst praktischen Ford Transit Custom Trail und seiner ganz besonderen Optik. Wenn Sie immer viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in ein paar Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.